ja jetzt sei bloß vorsichtig, sei bloß vorsichtig und hier Millimeterarbeit und hui alter ich hab so viel schreiben bekommen danach brennen deine hände Junge bist du runtergefallen oder was? alter ich hab dich heilen, kannst du mich heilen? ich hab einfach was zu geben noch ja ok auf zur Hauptstory wie die Affen springen wir hier rum wo war's das, oder? Rahim? die Antenne, Bracken hat's mir gesagt, die Verbindung ist jetzt glasklar gut gemacht, das hilft allen, ganz besonders, Dr. Kempel, Sie können ohne Rauschen miteinander sprechen Warte, komm mal kurz her wir sehen unseren Turm warte mal, ich kann dir mal was zeigen was? so mull für alle oder medikis das ist Sinn komm mal, komm mal, warte what? mach nochmal, alter alter quatsch zombies sind voll am rumwagen bei mir Entschuldigung ich hab irgendwie Froschenmalz und das ist ja ein Fehler, oder was? ich hab's gesehen alter, du blockierst das Zombie von mir äh, hast du noch, warte wo bist du denn? okay, ich kann dich gar nicht heilen da liegt ne Schaufel am Boden Frosch im Hals ist nicht so geil hast du das Auto aufgemacht? ja, da das 112, da sind sofort Medikits drin nach vorne rennt wieder so ein Explosionshainz rum warte guten Tag und tschüss jetzt kannst du mich heilen wieso rennst du immer zu dir hin? bist du retarded as fuck, oder was? ne, ich wollte jetzt von mir Autsch, jetzt kannst du mich heilen by the way du kannst mich heilen du kannst mich heilen du kannst mich heilen du kannst mich heilen du kannst mich nicht mehr heilen Autsch ich hab nicht mehr so viel ich halte sie vor uns ab boah, grad noch so matsch den Penner warte hab noch was ist der denn? ich bin runtergefallen, hab noch 1 HP easy life, easy bitches kannst hier runterfallen du bekommst nur 14 damage ich hab nämlich 15 du meint ich muss erst nur Dropkicks verteilen ich bin voll geil ausgewichen wie ein Profi wir sind ein Main wie komm ich da jetzt wieder hoch? hier seitlich heilst du mich jetzt endlich mal? an alle Kuriere hier spricht Jade Junge ja so macht man das die Nacht bricht an und ich hoffe für euch dass ihr auf dem Weg zum Turm seid ich bin hier auf dem Weg zum Turm Mädel so kannst du mich jetzt heilen? ah hast du gerade schon ich bin hier halt ja du kleiner Stinker wollen wir in der Nacht rumrennen oder wollen wir da muss ich mich aber vorbehalten ja Bezahlung abholen ich glaub da ist irgendeine Saves unten hinten sonst können wir uns Zeit lassen ich habe wieder einen neuen geilen Hammer also schnetzeln schnetzeln? okay so den hast du von mir weggeschlagen ok okay in die Eier hammer bei dem hier vor mir bei dem im roten der hier da kommen einige ne? tatsächlich wuhu wuhuuu wuhhu wuhu Oh, die lebt noch. Hallo. Oh. Da, der. Was? Die lebt noch? Ich dachte schon. Kann ich hier bitte loot hin? Nee, danke. Dankeschön. Nee. Schnetzeln. Schnetzeln. Ich krieg irgendwie Hunger auf Geschnetzeltes. So ein schönes Gulasch. Und jetzt? Nein. Hallo. Oh, der hat eine Zange in der Hand. Lass die Zange fallen. Hey, Sandro, schau mich mal kurz an. Ach so, du bist gar nicht mehr da. Sandro, Sandro. Psst, psst, hey. Psst, Sandro. Was? Schau mich an. Ja, warte. Ich muss nichts tun. Wie sieht das aus? Ich spamm gerade nur Leertaste. Wie ein Affair. Wie komme ich jetzt hier runter? Ah, 56 Schaden. Drück mal nur Leertaste, während du da hochkletterst. Wie sieht denn das aus? Ja, du hinlachst. Der loot König. Okay. Schon wieder so ein. Warte, warte, warte. Explosionsheini. Und tschüss. Ja, bist sehr klug, Sandro. Ganz erstmal wieder voll auf den zu, obwohl er schon am explodieren ist. Ich wollte mal wegkicken. Du weißt schon, dass das, wenn das Geräusch kommt, dass der am, äh, hochkommt. Ja, ich weiß, Alter. Oder bist du getardet? Weiß man ja nicht. Und. Nein, warte. Oh, weg, 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 weg. Oh, tschüssi. Ich kann jetzt einfach mal zu safe holen. Wird mir nämlich schon zu dunkel hier. Es ist mir zu unsafe. Ach, sind wir schon. Wir müssen ja nur noch hier hoch. Oh mein Gott. Nein, wir holen jetzt die Bezahlung ab. Komm, weiter. Achso, okay. Weiter geht's. Meine letzte Warnung. Vor allem, der Nacht. Ey, ich bin geil. Fick mich. Ui. Als ob ich nicht selber auf die Uhr gucken kann. Wieso klettern wir hier hoch, wenn wir unten drunter gehen? Brennen könnten. Gibt XP. Ah, runterspringen, ey. Okay. Hey Crane, hast du mal kurz Zeit? Ich hab hier jemanden, der sich mit dir unterhalten will. Oh, der voll wollte, ne? Hä? Wer? Ist der Karl Crane? Wer will das wissen? Ich heiße Troy. Troy. Ich höre eine kleine Gruppe überlebende an Sektor Null an. Wir nennen uns die Glut. Oh, die heiße Glut. Sektor Null ist vollkommen isoliert, Mr. Crane. Mr. Crane. Bevor sie den Funk wiederhergestellt hatten, wussten wir nicht, ob in der Stadt sonst noch jemand am Leben ist. Na, du? Ich wollte mich nur bei Ihnen bedanken. Wir haben uns wieder auf den Ding drauf. The real Hunter was... Gern geschehen. Äh. Sollten Sie am Anfang mal unsere Hilfe benötigen, dann lassen wir es uns wissen, Crane. Was, A? Lies mal bitte, lies mal bitte bei mir ab. Was? Der, der, der real Hunter ist... Was, A? Arrived. Ach so. Alles klar. So. Karim. Knödel. Der Job ist erledigt. Jetzt muss ich zurückzureichern. So, jetzt kommt wieder die Zwischensequenz. 100 Pro. Alter, gib ihm. Na, du? Tja, du hast nicht nur Karims Auftrag ausgeführt, sondern bist auch heil wieder zurück. Bravo. Komme ich jetzt an die 10? Halt die Frisse. Du meinst, ich sei so leicht zufriedenzustellen? Du musst noch einiges beweisen. Schau, wir brauchen das Mittel dringend. Gib es mir jetzt. Dann komme ich zurück und tu, was du willst. Du kriegst das an die 10, wenn ich es sage. Keine Sekunde früher. Wie gesagt, man kann mit mir reden. Tust du, was ich von dir verlange, gebe ich dir nicht nur eine. Sondern gleich zwei Kisten anti-ziehen. Also gut. Was soll ich für dich erledigen? Das ist ein bisschen was anderes als die Antennensache. Du brauchst mehr Überzeugungskraft. Den eigenen Willen durchsetzen. Die eigenen Regeln machen. So wird man zum Mann. Lebst du nach deinen eigenen Regeln, Crane? Oder bist du jemandes Marionette? Ich glaube, ich kenne die Antwort. Sprich mit Karim, sonst beschließe ich, dass du es nicht wert bist. Alles klar. Kann ich heilen? Ich glaube nicht. Neuer Überlebensrang. L war das, oder? Ne. Was ist nochmal? Okay. Überlebensrang. Reparaturkünstler. Werden Sie besserer Reparateur? Beim Reparieren einer Waffe wird oft der entsprechende Slot nicht gebraucht. Was? Hey. Ne. Natürlich nicht. Lernen Sie, wie man Elektrozaunfallen einsetzt. Okay. Was ist das hier? Lernen Sie, Pflanzen auf Putschmittel herzustellen. Ach, wer braucht denn auf Putschmittel? Wurfsterne herzustellen? Hm, 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 nee. Das wäre jetzt ein bisschen unnütz, oder? Was? Obwohl, dass du rechts weitergehst, nach dem Reparieren, das zu suchen will Leiden, nimmt weniger Zeitanspruch. Ja, das ist ganz nice, aber... So. Bin ich linkseitig? Nee. Ja. Echt? Ja. Geht's jetzt wieder? Jetzt geht's wieder. Äh. Das andere ist irgendwie... Was kommt denn danach noch? Selbstschutz. Lernen Sie, wie man ein Schild herstellt und ihn im Kampf einsetzt. Cool. Aufgemotten. Ein bisschen langweilig. Außer die Autofallen. Das kann vielleicht nützlich sein, aber... Ich glaube, ich gehe auf Wurfsterne, weil danach kommen Granaten herstellen. Das finde ich ganz nice. Nee, ich... Schneller durchsuchen. Schneller durchsuchen? Ja. Ach, das ist links. Lernen Sie, wie man die Autobombenfalle legt. Okay, was ist das? Tarn. Entschuldigung, ja. Ich gehe auf Wurfsterne. Ich will ja was zeigen, was interessant ist. So, was habe ich jetzt noch? Hier kann ich jetzt noch Flucht. Wenn sie Beißer gepackt werden. Nee, ich mache auch den Dropkick, oder? Der Dropkick ist cool. Macht fun. Wie macht man den? Wenn man in der Luft ist, F drücken? Ja, man springt eh drücken. Also halt, was ein Dritt ist. So, beim Kampf. Was mache ich denn da? Mehrfachwurf? Nee. Nahkampfwurf. Werfen Sie eine beliebige Nahkampfwaffe aus. Das mache ich noch, oder? Das ist wichtig. Oder? Ist es wichtig? Ich habe das nicht gemacht. Du kannst doch werfen. Oder wie hast du letztens die ganzen Dinge hochgejagt? Achso, das ist... Bei Überleben... Nee, das ist... Ach genau, ich wollte auf Fokus gehen, damit ich Gegner, die ich schon öfters getroffen habe, immer mehr Damage bekommen. Also, was ist die... Das ist eine Kraftstufe. Ja, Kraftstufe. Beim ersten... Äh, hier... Was war das? Mehrfachwurf und Nahkampfwurf. Nahkampfwurf brauchst du. Ah, Kraftangriff. Nahkampfwurf, das ist ja das. Das hast du ausgeskillt, oder? Ja. Ja, also, habe ich doch gerade gesagt, ob ich das skillen soll. Äh, ich skille erstmal den Ground Pound. Das ist ein kräftiger Schlag auf dem Boden, bringt ihre Feinde zu voll. Nee, den wollte ich nicht machen. Nicht? Ich warte eher nur auf das Trampeln. Das ist noch ganz cool. Wo ist das? Wann kommt das? Eins drunter. Kampfstufe 9. Ach, Tramp... Ach, ja, okay. Also, Messerwerfen ist wichtiger, um Sachen hochzuhangen. Okay, wo bist du denn? Beim Shop? Du musst langsam mal kommen. Ah, mein Freund, Reis mag dich, das weiß ich. Ja, er ist auch unser Kreisjunge. Weil du immer noch am Leben bist. Die Aufgabe ist kinderleicht. Du musst in einigen Siedlungen hier in der Gegend bloß was abholen. Oh, genau. Kokain. Zuerst ist Jaffars Werkstatt dran. Oh, Jaffar. Die haben alle so geile Namen. Jaffar, Kamir, Rahim, Bakir. Ja. Okay, also das sind Personen, das sind Personen, die wir einfach nur wieder killen können, indem wir einfach, äh, ne, Dropkick. Aber ich dachte, dass wir in der Mielkos sind. Okay, warte mal. Ist der Kapitel. Was machst du denn jetzt wieder? Ich zerleg Sachen. Ypsilon, ja. Und den Rest verkaufe ich. Billige Waffen. Hier zum Beispiel Schaufel, Glasrohr, Wasserrohr, Nagelbrett. Ähm, die behalte ich mal. Kurzes Messer, Maurerhammer. Ja. Was hat denn der im Angebot? Ah, hier. Stromkabel, Batterien, Chemikalien, Sprühdose, Metallteile brauche ich nicht. Uh. Ausbeidenmesser, Polizeischle... Ah, ne, kaufe ich nicht. Okay, bin fertig. Wo bist du? Da. B-G-Druck halten. B-G-Schläger, geil. Ne, ich habe immer noch mein unter Strom gesetztes Messer. Ich bin nicht überrascht, dass Raíss ein Ort gebrochen hat. Äh, die dicke Waffe. Und als viertes habe ich noch so eine Schaufel. Eine. Wollen wir jetzt echt in der Nacht gehen? Äh, ne. Ja, also. Erstmal pennen. Erstmal pennen. Immer noch Nacht? Zehn Stunden später. Nee, wir sind schon spät. Schub, 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 schub. Ja, jeden Tag kommt ja eine neue... Oh mein Gott. Das kommt da hinten runter. Wo? Das ist gleich in der Nähe. Das sind wir immer gleich in der Nähe. Also, wenn man in der Luft ist, den Drop... Hallo? Was so? Den Kick ausführen, indem man... Was macht? In der Luft und dann E? Nee. Luft und F. F. Springen und dann E. Nicht E, F. Ey, du hast es umgeändert. Ach so. Ist irgendwo ein Zombie in der Nähe? Nee. Also. Wir müssen wir langsam wieder zum... Ja. Quartiermeister zurück. Ein Hoch auf die Luftbrücke. Zehn von fünfzehn, Alter. Wir haben schon ziemlich viel gefarmt. Okay, Hauptmission. Ja. Und hier rum? Oben? So. So. Dann hau ich mal hier... ...die hier rein. Auf die Brücke hoch oder wohin? Gut dann. Ich auch. Ja, da oben ist es. Äh, da runter. Was? Ach so. Guten Tag. Crane hier. Bericht. Noch ein Auftrag von Raiz. Aber diesmal wird's schmutzig. Er zwingt mich, Schutzgeld von Überlebenden einzusammeln. Tun Sie, was er sagt und bleiben Sie bei ihm. Sie wissen, worum es geht. Drogen. Ja, Crane-Hände. Wow. Jetzt müssen wir wieder... Sagst du, mein Cricket-Schläger? Was ist mit deinem Cricket? Hä? Was sagst du, mein Cricket-Schläger? Wenn du mir zeigen würdest? Das ist mir gefallen. Achso. Ich hab gedacht, du bist noch unter mir. Zeig halt mal her, wenn du nicht anderen so rumhüpfen würdest, wie so ein gehirn-apoteter Affe. Du bist Wendigkeitspunkte, ne? Deswegen bist du anderen so dumm rumhüpfen, ja. Tschüssi. Was ist das denn hier? Von der Ansammlung an... Da unten ist ein Überlebender, oder was ist da? Ja. Ich bin wie so eine Sprungfinger. Oh, ihr dicken. Ihr dicken Chigger. Komm ich hier rein? Will ich gar nicht. Mit deinem Cricket-Schläger. Läuft das denn mal an? Die gehen da gar nicht hin. Ja. Voll auf den Schädel. Ich geh den Nahkampf über. Okay, ich auch. Bumm. 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 Jetzt muss ich so einen Dropkick machen. Leck mich doch im Arsch. Ich bin in den Nudel, ey. Und... Hui! Einmal liegen bleiben. Na komm, jetzt reiß doch deine Oma. Oh, wir sind jetzt heute. Ah, das ist ein Messer. 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 Das hilft mir nichts. Was? Nicht erwischt? Lass mich verarschen. Bitte nicht wehren die Dame. Dankeschön. What the fuck? Fuck, ey. Okay. Warte mal kurz. Was ist das denn los? Ah, da kommt noch ein paar. So, Freunde. Jetzt wird... Geschreddert. Mir sind die noch. Was ist denn los? Nein, das dauert so irgend zum Ausholen mit dem Kammer. Aber der ist trotzdem geil. Bumm. Ha! Wie ist das schon mit so... Jetzt hab ich keine Ausdauer mehr. So, leg dich mal hin. So, komm, ich stehe mal da. Weggecheckt. Sonst noch jemand. Ah, da, da. Ins Messer mit dir. Ins Messer. Hm. Hat ja gar nicht lang gedauert. Zu viele Menschen. Tode. Ich kann tute Menschen sein. Blut? Da ist eine Garage. Da müssen wir kurz reinschauen. Da gibt es immer in den Spinden sehr schöne Sachen. Wenn wir schon jetzt hier alles weggeschnetzelt haben, dann loofen wir auch. Ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Alter, stinkt die. Ja, zwei Spinte gibt's. Sind die schwer oder sind die mittel? Schwer. Ja. Hab ich's nicht gesagt? Ich kenn ja das Spiel schon in und aus. Ich hab schon 23 Mal durchgespielt. Was ist das hier? Oh, man kann sogar die Telefonie hier durchsuchen. Das ist ja innovativ. Oh, man kann ja das machen. Ich bin jetzt von der Metern. Ich bin jetzt von der Metern. Ich bin jetzt von der Metern.